Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feindes Grill & Barbecue. Ja Freunde, wenn ihr jetzt ein Grillvideo erwartet, gibt es jetzt gerade an der Stelle nicht, ist aber eigentlich kein Problem. Dafür gibt es eine kleine Ankündigung und zwar am 25. und 26. Juli ist die deutsche Grillmeisterschaft in wunderschönen Hennef. Und da viele gesagt haben, die wollen mir mal gerne zusammen grillen oder sehen, wie ich so grille, dem kann die helfen werden. Und zwar werde ich am 25. von so gegen 11 Uhr, 12 Uhr an bis zum 26. so gegen 16 Uhr beim Bräuking am Stand. Da habe ich mich so ein bisschen einquartiert, da werde ich mich rumtreiben. Und das Coolste ist, ich werde da nicht nur grillen, sondern es wird auch eins von diesen heiß geliebten Grill-Duellen geben. Und zwar werde ich mich am Samstag, so gegen 12, mit dem lieben Jörn von Barbecue aus Rhein-Hessen duelieren. Ja, wenn ihr wissen wollt, was das für ein Duell wird, ja direkt am besten einfach mal vorbeischauen, gucken, was wir da so treiben. Und natürlich auch aufs Video warten, denke ich, das wird dann auch in relativ einer Wochenfrist auch noch erfolgen. Ja, würde mich freuen, wenn ich den Ehren oder anderen vor euch da sehe. Wie gesagt, anquatschen könnt ihr ruhig, ich beiße nicht. Ich freue mich da auf euch, ganzen Grillverrückten. Ich denke, das wird eine richtig lustige Sache. Von daher, bis, na, bis zum nächsten Mal? Nee, bis Hennef. Klossgrillt, Fansgrillen, Barbecue. Macht's gut.